Hallo Freunde, noch einmal nachladen mit ordentlich Power, mit Autoladestation, mit meinem Hauptladegerät, den Einfahrradakku und noch mit Solar, mit Zusatzfeld und dem Camper, damit mein Pufferakku auch schneller voll wird und über 12 Wartellladegerät mein zweiter Akku geladen wird. Tja, und dann geht's morgen nach Hause. Eine Zwischenübernachtung noch in 30 Kilometern und dann bin ich wieder hoffentlich gesund zu Hause angekommen.